Das heutige Horoskop, Skorpion, 31. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Sie sind heute das Hauptereignis auf der romantischen Platte. Während der mentale Merkur, unser Planet des Geistes und der Kommunikation, durch Ihr Solarhaus der Identität Ihres Sternzeichens tanzt, wird er sich in einer exakten Konjunktion mit dem mächtigen Maß, dem Gott des Sex und der Leidenschaft, vereinen. Sie verbinden sich zu einem provokanten und schmutzigen Tanz und stellen sicher, dass Sie bereit sind, Ihren Charme, Ihr Charisma und Ihre Anziehungskraft zu entfesseln. Wenn Sie Single sind, ist heute der perfekte Zeitpunkt, einem Schwarm, den Sie verführen möchten, ein paar sexy Worte zu schicken. Schlagen Sie ein spontanes Abendessen, eine Happy Hour oder eine Verabredung vor und sehen Sie, ob Sie Ihr Interesse geweckt haben. Schlagen Sie vielleicht heute Abend ein überraschendes Treffen oder Treffen vor. Sprechen Sie laut. Möglicherweise haben Sie lange darauf gewartet, Ihre Gedanken und Gefühle mitzuteilen. Warten Sie also nicht länger, wenn Merkur im Skorpion mit Mars im Skorpion in Konjunktion steht. Die Konjunktion wird Sie dazu ermutigen, offener mit Ihrem Arbeitsleben umzugehen. Sie könnten diese Energie nutzen, um sich an einen Vertrauten Ihres Vertrauens zu wenden oder sogar Ihre Optionen durchzugehen. Es könnte sogar an der Zeit sein, sich selbst zu zeigen, indem Sie einen Pitch machen, kalte E-Mails verschicken oder sich Zeit für ein Gespräch mit Ihrem Chef nehmen. Was auch immer passiert, seien Sie sich dessen bewusst, was Sie sagen möchten und sagen Sie es. Der Vorlauf zur morgigen Rückkehr des Mondes in Ihren Finanzsektor ist ein wichtiger Punkt in jedem Monat, dem Sie Aufmerksamkeit schenken sollten, ohne dabei zu viel nachzudenken. Während dies ein gewöhnlicher monatlicher Besuch und eine wertvolle Gelegenheit ist, sich über Geldangelegenheiten zu informieren, wird dies der letzte Besuch des Mondes in diesem Jahr sein, bevor die Aktivitäten des Planeten an der Einkommensfront den größten Teil Ihrer Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aufgrund der heutigen planetarischen Ausrichtung ist dies eine Woche, in der Sie Ihr Recht, Sie selbst zu sein, geltend machen müssen, insbesondere in Ihrem eigenen Kopf. Geben Sie sich die Erlaubnis, das zu tun, was Sie wirklich tun möchten. Dazu gehört zweifellos auch etwas für Ihren Körper eine Massage, ein virtueller Yoga-Kurs, ein Gourmet-Menü in einem beliebten Imbiss-Restaurant. Was auch immer Ihr Selbstausdruck ist, halten Sie Ihren Körper ein Teil davon. Spüren Sie Ihre Gefühle mit Ihrem Körper, geben Sie sich die Erlaubnis, darin zu schwelgen. Sie verspüren derzeit eine gewisse Panik aufgrund eines chronischen Mangels an Selbstsicherheit. Das liegt daran, dass Sie sich in Ihrem sentimentalen Leben verletzlich fühlen. Seien Sie in dieser Woche vorsichtig mit Überarbeitung, auch wenn Sie sich aufgrund der Fülle an Arbeit nicht völlig entspannen können. Nehmen Sie sich etwas Zeit zum Ausruhen, denn sonst sind Sie gesättigt. In Ihrem Privatleben werden Ihnen Familie und Freunde vorwerfen, dass Sie Ihrer Arbeit zu viel Zeit widmen und diese vernachlässigen. Handeln Sie! Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Mond irgendwann in Ihrem Geburtstagsmonat nicht nur in Ihren Beziehungsbereich zurückkehrt, sondern auch in die Opposition wechselt, um einen Vollmond zu erzeugen. Dies ist etwas, das die Balance zwischen Ihren persönlichen Bedürfnissen und denen Ihrer Beziehung auf die Probe stellt, und auch wenn es zu Spannungen kommen kann, wenn sie kurzzeitig aufeinander prallen, werden diese Bedürfnisse dadurch in einem für beide wichtigen Moment transparenter. Dies geschieht nicht nur am ersten Wochenende der Sonne im Skorpion, sondern auch als Vollmond, der die Sonnenfinsternis verfinstert, mit viel größerer Kraft. Dies ist ein Weckruf für Ihre eigenen Bedürfnisse und die Ihrer Beziehung, in einer Zeit, in der beide über eine enorme Menge an Ressourcen und Unterstützung verfügen. Irgendwann in Ihrem Geburtstagsmonat kehrt der Mond in Ihren Beziehungsbereich zurück und ein Zusammenprall mit der Sonne erzeugt einen Vollmond, der die Balance zwischen Ihren persönlichen und Beziehungsbedürfnissen auf die Probe stellen kann. Während dies beides transparenter macht und Ihnen gleichzeitig ein besseres Gefühl dafür gibt, was Sie von Ihren Beziehungen erwarten und was Sie von ihnen brauchen, wird dies aufgrund einer Mondfinsternis durch den heutigen Vollmond weniger subtil. Täglicher Planetenüberblick Merkur und Mars treffen heute im Skorpion aufeinander und entfachen einen feurigen Gedankenaustausch, der Ihren schnellen Verstand herausfordern wird. Betrachten Sie diesen Tag als einen spannenden Kampf zwischen Ihnen und einem würdigen Gegner, bei dem Charme und Intelligenz Ihre stärksten Waffen sind. Der Wettbewerbsgeist kann dazu führen, dass einige von Ihrem gewohnten Charakter abweichen und möglicherweise egoistisches oder unhöfliches Verhalten an den Tag legen, während Sie eifrig Ihre Ziele verfolgen. Solange Sie ihnen jedoch immer einen Schritt voraus sind, können Sie nicht nur überleben, sondern auch gedeihen und erfolgreich sein. Im Hinblick auf Ihre Pläne ist es ratsam, Einkaufsausflüge zu verschieben, insbesondere solche, bei denen es um teure Artikel geht, die dazu führen könnten, dass Sie zu viel ausgeben oder die mit Ihrem Kauf verbundenen Risiken unterschätzen. Dieses Prinzip erstreckt sich auch auf andere Bestrebungen, die Sie möglicherweise haben. Impulsive Handlungen können zu einem höheren Preis führen, als Sie erwartet haben. Behalten Sie Ihre Finanzen im Auge, Sie sind verhandlungssicher und finden immer Wege zu Ihrem Vorteil. Der heutige Tag bietet mehr Möglichkeiten, daher ist es ein ausgezeichneter Zeitpunkt, neue Kontakte zu knüpfen, da diese sich in Zukunft als unschätzbar wertvoll erweisen könnten. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, es wird Sie warnen, wenn etwas schief geht. Da der gestrige Vollmond im Stier immer noch die Atmosphäre beeinflusst, kann es schwierig sein, wichtige Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn keine unmittelbare Dringlichkeit besteht. Sie haben den Luxus, eine abwartende Haltung einzunehmen, insbesondere da der Mond morgen in Ihren Einkommensbereich eintreten wird, kurz bevor Venus, der Planet des Geldes, in Ihren Arbeitsbereich zurückkehrt. Dies ist ein gutes Zeichen sowohl für Ihre finanziellen Aussichten als auch für Ihre Karrierechancen. Himmel für heute Vor einer Woche zirrte der Mond Ihren Finanzsektor und markierte damit den Abschied des letzten Planeten, der in diesem Jahr Ihren Einkommenssektor passiert. Seitdem gab es eine Fülle an Erfahrungen und Informationen zu beiden Finanzthemen zu verarbeiten. Obwohl Ihre beiden Geldhäuser jetzt leer zu sein scheinen, haben Sie eine Fülle an Ressourcen, Weisheit, Rückblick und finanziellem Scharfsinn angehäuft, auf die Sie zurückgreifen können. Sie haben einen Punkt erreicht, an dem Sie die direkte Führung der Geldgütter nicht mehr benötigen. Während die Intensität des gestrigen Vollmonds in Ihrem Finanzsektor allmählich nachlässt, herrscht immer noch ein spürbares Summen von Energie und Rivalität zwischen den Bereichen Einnahmen und Ausgaben. Dieser Energieschub ist unabhängig vom Vollmond, aber wenn er mit ihm zusammenfällt, verstärkt er die Auswirkungen der Ausrichtung zwischen Merkur und Mars in Ihrem Einkommensbereich und stellt Sie in Ihrem Finanzsektor gegen Jupiter an. Dieses Szenario erhöht das Potenzial für einen finanziellen Durchbruch. Es ist wichtig zu erkennen, dass Ihre Emotionen außerhalb Ihrer Kontrolle liegen. Machen Sie nach Möglichkeit eine Pause und meiden Sie unnötige Stressfaktoren. Vermeiden Sie es, Ihre Komfortzone zu verlassen. Suchen Sie stattdessen Trost in einer vertrauten Umgebung und verbringen Sie Zeit mit bekannten Gesichtern, bis Sie Ihre gewohnte Vitalität und Gelassenheit wiedererlangen. Nur wenige Tage nachdem Venus in Ihrem Einkommensbereich sowohl mit dem Mond als auch mit dem Saturn zusammenstieß, hat sich das Blatt für den Planeten des Geldes gewendet. Heute bildet der Mond einen harmonischen Aspekt mit der Venus, verstärkt durch die zusätzliche Intensität des gestrigen Vollmonds, der ihn verfinstert. Diese himmlische Kombination folgt einer ähnlichen unterstützenden Verbindung mit dem Asteroiden Juno, der Königin des Engagements, und stärkt Ihr finanzielles Selbstvertrauen und schärft Ihr finanzielles Bewusstsein. Es ist eine vielversprechende Zeit für Ihre finanziellen Aussichten.